jetzt muss ich dir nichts hier noch machen und er hat noch nichts jetzt kommt er bestimmt wieder drauf So... Da komm ich hier, ne? Ja. Dann fisch wir nochmal in die Zygacht gehen. mit mit gut und und mit mit Die fahren sich jetzt noch so gegenseitig. Und ich bin gespannt, wer von denen überlebt. Ich finde hier unten leckere Schlüssel. Aber normalerweise, wenn ich den Schlüssel finde, dann kommen jetzt hier gleich mehr Gegner. Puh, gut, dass ich da nicht rausgekommen bin. Na, keine? So was? Eigentlich glaub ich immer noch nicht, dass das unter Lovecraft schon läuft, aber okay. Jeder, wie er es glaubt. So, und hier werde ich nochmal speichern, denn ich geh in letzter Zeit zu oft drauf. Vor allen Dingen, wenn ich eine gute Waffe sehe. Was? Äh, ja, lecker. Das war zum schweren, wahrscheinlich. Oh, aber ich hab... Oh. Ich hasse mich, ich hasse mich, ich hasse mich. Mach mich, mach mich, mach mich. Mach mich, mach mich. Mach mich mal. Ich habe mich nicht. Ich bin hier der Held. Immer noch. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Und das ist... Diese Tür empfiehlt sich das Essen. Von da. Von da. Was machst du da? Du bist doch wieder so ein Typ, der da... Hey, geil, ich komm hier durch, ich komm hier durch, ich komm... Oh Gott, ich werd von hinten beschossen. Wie gesagt, steuern hilft. Wenn man es vielleicht nie nutzt, aber... Das da sammle ich nicht auf. Und es geht weiter. Aber vielleicht hätte ich noch ein Typ, der von früher war alles besser. Na ja, früher war alles besser, aber es war schon schön, aber zu spielen. Es gab noch armlose Fliegeviehle. Und noch eine Art Autorenen, der nicht zum Entschied galt. Und guckt sich den Typ da noch mal an. Und dann drückt er... Quickloading. Okay. Den da. Okay, da hab ich gespeichert. Ich muss jetzt auch mal den Gapf drücken. Und hier den... Du hast schon den Gang, ne? Ja. Ja, aber die drei... Gut, ich mach mir jetzt mal kurz einschlafen, damit die in die Saison nicht wegkommen. Hm. 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 Oh, er lebt mal. Jetzt aber nicht mehr. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. All secret. Das ist gut. Noch eine? Erstmal nicht, so, dann, so, den dritten hier, in der zweiten. Okay, ich bin bald vor. Sie müssen auch noch in der Tür. Ja. ok über das sie bringt hier war nichts mehr los und hier war der goldschlüssel ich krieg jetzt den schlüssel für die rüstung einfach den schlüssel gefunden für die eine rüstung hier und wofür warum ich jetzt einen Topper im Zucker habe? ich hab dich gar nicht benannt hier diese schlüssel das war besser als ich gewartet hätte das war besser als ich gewartet hätte ich habe nichts zu speichern aber ich tue es ok blauer schlüssel aber wofür ja plattform sie sich bewegen da muss man warten und dann oh fuck ich hab gespeichert ich brenn weiter und hoffe dass es nicht passiert ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin er Ah, hier ist noch was und irgendwas ist gerade aufgegangen. Oh, Damage! Wo bist du? Warum habe ich dich nicht mit Quad Damage erlebt? Überhaupt nicht übertrieben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ist richtig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wer hat mich erwischt? Wer hat mich erwischt? Wer hat mich erwischt? Keiner. Schade. Ich bin mit einer Luft. Vielen Dank.